afd fordert die einkommensanrechnung an die witwenrente soll geändert werden mein name ist peter knöbel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid 24 die meine damen und herren sie wissen es ja vor kurzem hatte ich einen videobeitrag gedreht zum thema abschaffung der einkommensanrechnung witwenrente und jetzt hat die afd fraktion im bundestag noch mal nachgelegt und hat die bundesregierung aufgefordert hier ein entsprechendes gesetz zu schaffen um die einkommensanrechnung an die witwenrente grundlegend zu ändern die witwenrente die einkommensanrechnung an die witwenrente soll erwerbsfreundlich ausgestaltet werden so der hintergrund dieses antrags meine damen und herren bevor ich ihnen jetzt das alles zeige ich möchte mich erst mal recht herzlich bedanken bei meiner neuen kollegin die jurastudentin valerie weigelt hat mir diesen beitrag den ich ihnen gleich zeige wunderbar aufbereitet und ich konnte deshalb auch super klasse hier das video dazu drehen also steigen wir einfach mal ein wie was ist geplant was will die afd fraktion erreichen also die afd fordert die bundesregierung in einem antrag auf die einkommensanrechnung an die witwenrente neu zu regeln da geht es um die paragrafen 97 sozialgesetzbuch nummero 6 in verbindung mit den vorschriften der paragrafen 18a fortfolgende sozialgesetzbuch nummero 4 die überschrift des antrags lautet hinzuverdienstgrenzen bei den witwenrenten neu regeln fachkräfte freisetzen und ich will ihnen einfach mal die drei grundlegenden forderungen oder vorstellungen der afd hier darlegen meine damen und herren ich finde dass das was die afd hier eingebracht hat wirklich substanz hat und dass man dass es sich auch wirklich lohnt darüber in diesem beitrag tatsächlich auch über diese forderung über diesen über diesen antrag der afd mal hier zu berichten also als allererstes die afd möchte dass es keine anrechnung mehr von erwerbseinkommen gibt das heißt also arbeitsentgelt nach paragraf 18a absatz 1 nummer 1 sgb 4 soll grundsätzlich nicht mehr als erwerbseinkommen bei renten wegen todes berücksichtigt werden es muss ein unbegrenzter hinzuverdienst für erwerbseinkommen möglich sein ohne dass es zu einer anrechnung auf die witwenrente witwerrente oder erziehungsrente kommen kann die afd sagt als begründung dazu dass der fachkräftemangel eines der größten wirtschaftshindernisse für die deutsche wirtschaft ist die eines der größten herausforderungen für die deutsche wirtschaft ist der fachkräftemangel wird oder kann zu einer bedeutenden bremse für das wachstum und wohlstand in deutschland werden und um genau diesen entgegenzuwirken müssen arbeitskräftepotenzial im inland also hier in deutschland mobilisiert werden das heißt also auch witwen oder witwer sollen weiter erwerbstätig bleiben können ohne angst haben zu müssen dass ihr arbeitseinkommen ihr arbeitsentgelt auf die witwen oder witwerrente angerechnet wird und deshalb fordert die afd die abschaffung der anrechnung von arbeitsentgelt ich schließe mich grundsätzlich dieser forderung an ich halte das für absolut zeitgemäß meine damen und herren ich gehe sogar noch weiter die afd bezieht ja ihren antrag nur auf die auf die witwen oder witwer ich sage wir sollten auch das erwerbspotenzial von frauen insgesamt in deutschland viel viel besser fördern und auch dafür sorgen dass frauen vollzeit arbeitsplätze bekommen und zwar neben ihrer kinder erziehung dann als zweiter vorschlag die einkommensanrechnung soll sich ändern das heißt also wir brauchen einen höheren freibetrag für andere einkommen das hat die afd als zweite als zweite forderung aufgestellt die afd will die hinzuverdienstgrenze nach paragraf 97 absatz 2 sgb 6 für einkommen erhöhen in dem künftig nur noch solche einkommen bei renten wegen todes anrechtbar sind dass das 40 fache des aktuellen rentenwertes übersteigt bislang geht das gesetz vom 26 4 fachen des aktuellen rentenwertes aus ich habe jetzt einfach mal gerechnet mit dem neuen rentenwert der zum ersten 7 2024 gilt da haben wir ja dann 39 euro und 32 cent das wissen sie der steigt also der aktuelle rentenwert der jetzt noch gilt 37 60 steigt dann auf 39 32 und nach der afd forderung würde dann der neue freibetrag ab 1 07 2024 1572 euro 80 betragen ich nehme das 40 fache mal 39,32 aktuell würde der freibetrag nämlich das 26 20,4 fache von 9 von 39 euro und 32 cent also 1038 euro betragen die afd sagt zur begründung dieses antrags dass eine neue regelung für nicht erwerbseinkommen insbesondere altersrenten von hinterbliebenen von hinterbliebenen nach paragraf 18 a neu zu regeln sind dies soll der soll die entwicklung von löhnen dem rentenniveau seit 1986 und die aktuelle sowie erwartete inflationsrate berücksichtigen das rentenniveau ist seit 1986 von von 56,4 prozent auf etwa 48 prozent gesunken die bestehende einkommensanrechnung wird daher als unzureichend angesehen insbesondere da sie die unterhaltssicherungsfunktion der hinterbliebenen rente einschränkt das heißt also die die geldentwertung sozusagen läuft nicht mit dem faktor 26,4 mit so dass also die witwen oder witwer immer weniger witwenrente de facto über die einkommensanrechnung bekommen der aktuelle freibetrag von 992 euro 64 das ist das 26,4 fache von 37 euro 60 wird von der afd als unzureichend angesehen die geforderte erhöhung der grenze für die einkommensanrechnung soll sich am aktuellen rentenwert orientieren ja das ist nun mal nicht schlecht dann haben wir in der tat in der tat wenn das gesetz so kommen würde am ersten siebten 2024 einen freibetrag von 1572 euro 80 cent und zwar ist das netto einkommen das heißt also bereinigtes brutto einkommen ist das nur mal nur noch zu ihrer information ja und als dritte forderung und dritte und letzte forderung die einkommensanrechnung soll permanent evaluiert werden das heißt also die afd fordert die bundesregierung auf die folgen der neuen einkommensanrechnung auf die renten des todes permanent zu evaluieren und dem bundestag darüber zu berichten meine damen und herren ich hätte da einen vierten vorschlag den finde ich eigentlich gar nicht so schlecht vielleicht vielleicht auch in dem kontext mit der änderung des freibetrages ich bin der meinung dass wir den freibetrag grundsätzlich dynamisieren sollten das heißt also dass dieser freibetrag zum beispiel in der berechnung an die bezugsgröße eventuell gekoppelt wird so dass wir bei einer automatischen änderung der bezugsgröße auch sofort einen völlig neuen freibetrag haben das würde ich für viel besser halten als den als den freibetrag an den rentenwert zu koppeln aber das ist meine persönliche meinung wir können ihn natürlich auch immer an den aktuellen rentenwert koppeln das ist mir eigentlich völlig wurscht die afd möchte mit ihrem antrag erreichen dass der eigene arbeitslohn künftig nicht mehr auf die witwen witwerrente oder erziehungsrente angerechnet wird sie wissen auch einkommensanrechnung an die waisenrente gibt es nicht mehr sie fordert die bundesregierung auf einen entsprechenden gesetzesentwurf vorzulegen die partei argumentiert dass personen die eine hinterbliebenen rente beziehen künftig nebenbei arbeiten sollen können ohne dass ihr verdienst die hinterbliebenen rente beeinträchtigt außerdem betont die partei dass zur lösung des fachkräftemangels das gutes argument in erster linie die arbeitskräftepotenziale im inland gesteigert werden müssen sehe ich genauso wir haben genügend arbeitskräftepotenzial im inland das wir heben können und sieht die vorgeschläge die vorgeschlagenen neuregelung bei der hinterbliebenen rente als ein schritt in diese richtung ich würde sagen ich würde sagen als einen ersten schritt in diese richtung dass wir die einkommensanrechnung an die hinterbliebenen rente wenn wir sie denn nicht vollständig abschaffen würden wollen zumindest so ausgestalten dass diese nicht mehr erwerbsfeindlich ist ja meine damen und herren noch mal recht herzlichen dank für die autorin dieses beitrags valerie weigelt jura studentin an der martin luther universität zu halle hat mir hier wirklich super geholfen herzlichen dank liebe valerie ja also das soll es gewesen sein zum thema einkommensanrechnung an die witwenrente vorschlag der afd den finde ich wirklich gut kann man mal darüber nachdenken man muss ja nicht alles was die afd vorschlägt verteufeln das hier ist ein fachlicher vorschlag den halte ich doch für recht gelungen näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de wir werden diesen beitrag von frau weigelt natürlich auf unserer internetseite veröffentlichen und dann in dem videobeitrag verlinken ich wünsche ihnen alles gute eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel herzlichen dank